In aller Munde, jeden Tag, hundertmal in den Zeilen, in den Nachrichten steht es. Aber trotzdem möchte ich die Frage stellen, welche Rolle spielen Umwelt, Soziales und ISG bei Ihrem Produkt? Also ich denke mal beim ISG-Bereich ist vor allem das E nachgefragt oder oft in der Kritik, wenn es um Kryptoinvestments und digitale Assets geht, wobei da muss man differenzieren. Weil da geht es ja eigentlich wirklich nur darum, bei diesen Protokollen, die auch Proof-of-Work sozusagen, jetzt gehen wir sehr ins Detail, die auf Proof-of-Work aufbauen, wo eine sehr hohe Energie- und Rechenleistung verwendet wird, um eben Transaktionen zu bestätigen. Vielleicht ein Beispiel, Ethereum, das zweitgrößte Krypto-Asset im Markt, hat umgestellt im letzten Jahr von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, wo eben kein Energieeinsatz mehr verwendet wird, um eben die Transaktionen zu bestätigen. Und der Energieverbrauch wurde um 99,5 Prozent gesenkt. Also wir haben da Antworten für unsere Investoren und das ist, glaube ich, eher ein, ich würde sagen, ein nebensächliches Thema mittlerweile. Aber wir nehmen es sehr ernst und machen auch sehr viele Analysen, um eben auch aufzuzeigen, dass ein Investment in digitale Assets alle drei Buchstaben sozusagen E, S und G auch abdeckt. Also alle eigengemenigte Fonds unseres Hauses sind Artikel 8 Plus. Also wir dürfen mit der Nachhaltigkeit werben nach außen. Plus steht dafür, dass wir das mit Bafin abgestimmt haben. Also die Methodologie wurde abgenommen. Und ganz konkret bei dem Diversity Plus Fonds, da wird ganz groß S, sozial, gespielt. Das steht im Fokus, das eigentlich definiert das Thema dieses Fonds. Das ist Diversity, Equity, Inclusion als Thema, wie wir die Unternehmen selektieren, also wie wir die Position selektieren eigentlich in diesem Fonds. Und die Prämisse lautet, nur die Unternehmen, die nachweislich und glaubwürdig die Diversity Management in ihrer Belegschaft betreiben, haben Chancen für nachhaltige strukturelle Outperformance. Und das sehen wir auch in der Wertentwicklung unseres Fonds. Seit Auflage 2015 haben wir 41 Prozent der Performance erzielt und wir liegen 14 Prozent über Morningstar Peer Group. Das heißt, Diversity zahlt sich aus. Eine sehr große Rolle. Also wir sind innerhalb der größten, ich glaube 70 Vermögensverwälter weltweit, gehören wir immer zu Nummer 1 bis 3 ganz grob im Hinblick auf Stimmrechtsverhalten und auf nachhaltiges Engagement. Engagement spielt bei uns im Unternehmen sehr große Rolle. Auf der Produktebene bieten wir auch die entsprechenden Kategorien von ESG an, also Artikel 8, 8 Plus und 9 bei unseren Produkten. Das hat alles seine Berechtigung, obgleich ich feststelle, und das sagen zumindest die Zahlen, dass seit Jahresbeginn die Kunden, also sei es Beraterkunden oder Self-Directed-Anleger, nur noch so zu 20 bis 25 Prozent wirklich ESG in ihrem Anlageportfolio haben möchten. Weil das Thema ist doch relativ komplex und viele scheuen sich das festzulegen, um einfach ein größeres Spektrum an Produkten haben zu können oder nutzen zu können und daraus wählen zu können. Es ist jetzt nicht, dass die dagegen sind, aber sie wollen sich einfach die Flexibilität bereithalten, um aus einem größeren Universum zu schöpfen. Und das sollte uns zu Gedenken geben, dass wir das nicht überregulieren, sondern wirklich das bezwecken, was eigentlich immer gewünscht war, nämlich, dass wir die Unternehmen zum Positiven verändern. Und das ist, glaube ich, der wichtige Aspekt. Das ist eine Transformation hin von vielleicht etwas schmutzigeren Unternehmen zu sauberen Unternehmen. Und das ist ein Transformationsprozess. Und man darf nicht einfach sagen, ich investiere nur in saubere Unternehmen, weil dann können sich die anderen auch nicht weiterentwickeln. Also wir haben eine sehr große Palette von grünen Fonds. Und wir halten das Thema auch für extrem wichtig. Also ich glaube, dass das in kürzester Zeit Standard sein wird. Ich bin bei der Meinung von Königsmarkt, dass im Augenblick die Leute es kaum noch hören können, weil es halt omnipräsent ist und so ein bisschen zu Tode geredet und auch zu Tode reguliert wird. Aber es ist halt enorm wichtig, gerade für die Generation nach uns. Wir sind bei einem anderen Anbieter als Fonds des Jahres gekürt worden, mit einem Fonds, der halt auch ein grünes Thema belegt. Und wir sind nicht gekürt worden, weil wir die beste Performance hatten oder das beste Ranking in der Peergroup, sondern weil wir die beste Idee hatten. Und es war das Thema Kreislaufwirtschaft, also die immer ständige Weiterverwendung von Ressourcen. Und das ist prämiert worden, wenn man gesagt hat, in diesen ganzen vielen grünen Fonds ist das halt eine ganz neue Strategie, mal eine wissenschaftliche Herangehensweise, um wirklich das Thema vielleicht zu greifen. Und da sieht man, Grün ist wichtig, aber die Menschen wollen auch wissen, wie geht Grün. Ob das jetzt Diversität ist oder eben halt besondere Strategien. Wir gehen einfach davon aus, also es gibt eigentlich zwei Kategorien. Es gibt Produkte oder Fonds, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen oder das Thema belegen oder zumindest stark anschneiden. Und dann gibt es die ESG-Analyse, die wir eigentlich bei jedem Unternehmen, das bei uns in egal welchem Fonds drin ist, durchführen. Das heißt, und das nennen wir die Basis-ESG-Analyse. Und das sollte und ist teilweise inzwischen schon Teil der Unternehmensanalyse zur Titelauswahl. Genauso wie man auf die Earnings per Share oder die Umsatzzahlen des Unternehmens und so weiter achtet, sollte man eigentlich auf diese drei Kriterien achten. Wir legen großen Wert auf die Governance, also auf das G. Wir benoten halt jedes Unternehmen und 60 Prozent dieser Note ist durch das G bestimmt, weil wir der Meinung sind, dass wenn die Unternehmensführung gut ist, wenn Kleinaktionäre respektiert werden, wenn die Geschäftsführung in Folge von Nachhaltigkeitszielen auch bezahlt wird und so weiter, das E und das S folgen oder einfacher folgen als sonst. Und dann gibt es natürlich den Teil nachhaltige Produkte, dann gehen wir in Richtung Impact Investing oder sogenanntes SRI Investing, wo dann eben der Fokus stärker auf die Lösungen sind und eben dieser Übergang, diese Transition von teilweise Unternehmen, die im Ölsektor aktiv sind, sich aber Richtung Biodiesel entwickeln, wo wir natürlich als Investoren helfen, in diese Richtung dieses Engagement zu pushen und dann zu sagen, wir würden als Investoren das und das gerne sehen. Tut das, dann sind wir auch dabei. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde Themenfonds gehören ins Portfolio.